immer bereit zu stehen, wenn du wie üblich alles vermasselst. Mit diesen Worten unterbrach er wütend die Verbindung. Henna überlegte, was sie nun tun sollte. Sie verließ mit langsamen Schritten den Bahnsteig, durchquerte das Bahnhofsgebäude, zögerte, als sie an einem Pumpkin-Café vorbeikam. Sie hatte ein bisschen Geld dabei. Vielleicht könnte sie sich in das Café setzen, sich eine Cola und einen Muffin bestellen und einfach warten. Das wäre ungemein erwachsen. Aber dann dachte sie an die harte Stimme ihres Vaters und wieder traten ihr die Tränen in die Augen. Sie würde zu ihrer Großmutter zurückgehen. Sie wollte von ihr in die Arme genommen und getröstet werden. Henna trat auf dem Bahnhofsvorplatz hinaus. Vor ihr rauschte dichter Verkehr über den vierspurigen Farence Way an diesem frühen Samstagabend, nicht viel weniger als an normalen Werktagen. Die Dunkelheit war hereingebrochen. Ein feiner Nieselregen hing in der kalten Luft. Sie zog schauernd die Schultern zusammen. Die Tragik der Situation bestand darin, dass dieses ganze Missgeschick Wasser auf den Mühlen ihres Vaters war. Es war furchtbar, aber Henna schaffte es einfach nicht, Ryan davon zu überzeugen, dass sie kein kleines, dummes Mädchen mehr war. Ständig hatte er etwas an ihr auszusetzen. Nörgelte, machte ihr Vorwürfe. Henna fragte sich oft, wie ihr Leben wohl aussehen würde, wenn ihre Mutter noch da wäre. Sie hatte keine klare Erinnerung an sie, aber auf Fotos sah ihre Mutter jung und sehr hübsch aus und sie hatte so ein schönes Lächeln. Irgendwie konnte Henna nachvollziehen, weshalb sie sich von einem Mann wie Ryan getrennt hatte, aber sie fragte sich, weshalb sie gleich so weit fort hatte gehen müssen. Australien vermutlich, hat ihr Vater geknurrt, als Henna ihn vor Jahren schüchtern gefragt hatte, wohin ihre Mutter denn gegangen sei. Sie hat Verwandte dort. Es hatte nie wieder einen Kontakt gegeben. Henna steckte die Kopfhörer ihres Smartphones in die Ohren. Die hämmernden Bässe der Musik übertönten alles, den Verkehr, die Stimmen der Menschen. Sogar Ryans wütende Stimme, die noch immer in Hennas Kopf herumgeisterte. Henna hatte fast ständig die Kopfhörer im Ohr, auch wenn ihr Vater daran natürlich etwas auszusetzen hatte. Aber mit der Musik konnte sie abtauchen, all die Schwierigkeiten und Probleme ihres Lebens vergessen. Eine Zeit lang jedenfalls. Leider lösten sie sich ja nicht einfach in Luft auf. Sie kehrten zuverlässig immer wieder zurück. Sie schrak heftig zusammen, als ihr jemand nachdrücklich auf die Schulter tippte, fuhr herum und nahm die Stöpsel aus den Ohren. Sie blickte in die dunklen Augen eines jungen Mannes. Henna? fragte der Mann. Henna Caswell? Ja. Wegen der Kapuze über seinem Kopf und den nassen Haarsträhnen, die ihm in die Augen fielen, erkannte sie ihn nicht sofort. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken, sagte er. Ich habe dich ein paar Mal angesprochen, aber du hast mich nicht gehört. Jetzt wusste sie, wer er war. Kevin Bent. Er wohnte auf einer stillgelegten Farm in Staintondale, nur ein paar Meilen von Henna entfernt, zusammen mit seiner Mutter und einem älteren Bruder. Einen Vater gab es in der Familie nicht mehr, aber niemand wusste genau, was aus ihm geworden war. Ryan sprach über die Bents nur im Ton tiefster Verachtung und hatte Henna den Umgang mit den beiden Söhnen strikt verboten. Henna begriff diese ablehnende Haltung nicht. Mrs. Bent war ganz nett, und dafür, dass sie an Multiple Sklerose litt, sich nur noch im Rollstuhl bewegte und den Farmbetrieb völlig hatte einstellen müssen, konnte sie nichts. Die Bents lebten von der Sozialhilfe, aber dafür durfte man weder der Mutter noch den beiden Jungen die Schuld geben. »Hallo, Kevin«, sagte sie. Sie hoffte, dass er die Tränenspuren auf ihren Wangen nicht sehen konnte. Er war immerhin schon 19 Jahre alt, sie mochte nicht wie ein kleines, verheultes Mädchen vor ihm stehen. »Bist du ganz alleine hier?«, fragte er. Sie nickte. »Ja, und gerade eben habe ich meinen Zug verpasst.« Er schwenkte seinen Autoschlüssel. »Du könntest mitfahren. Jedenfalls bis nach Scarborough. Ich muss dann rüber nach Cropton zu Freunden. Aber vielleicht könnte dich dein Vater in Scarborough abholen.« Hannah überlegte. Wenn sie jetzt bei Kevin mitfuhr, würde sie fast zum ursprünglich vereinbarten Zeitpunkt in Scarborough ankommen. Ihrem Vater durfte sie natürlich nicht sagen, dass sie ausgerechnet bei Kevin Bent mitgefahren war. Aber vielleicht fiel ihr noch irgendetwas ein, was sie stattdessen anbringen konnte. Vielleicht wäre Ryan sogar beeindruckt, wenn Hannah es trotz allem schaffte, nahezu pünktlich zu sein. »Das ist aber ein ziemlicher Umweg für dich,« gab sie zu bedenken. »Du wärest von hier viel schneller in Cropton, wenn du nicht über Scarborough fährst.« Er zuckte mit den Schultern. »Viertelstunde. Mehr ist es nicht.« Hannah vermutete, dass es mehr als eine Viertelstunde war, aber sie korrigierte ihn nicht. Sie fühlte sich ein wenig geschmeichelt. Der gutaussehende Kevin Bent würde ihretwegen Zeit verlieren, aber das schien ihn nicht zu stören. Ob ihm an ihrer Gesellschaft gelegen war? Sie konnte sich das kaum vorstellen. Wer war sie schon? Eine kleine graue Maus, an der noch nie ein junger Interesse gezeigt hatte. »Also, willst du oder nicht?« fragte er. Hannah gab sich einen Ruck. Sie fühlte sich vollkommen verunsichert, aber wenn sie jetzt ablehnte, würde sie sich später ärgern. Das wusste sie genau. »Ja, das ist total nett von dir,« sagte sie. Sie liefen nebeneinander her, überquerten eine Straße und erreichten einen großen Parkplatz, der voller Autos war. Kevin kamte ein Ticket hervor und bezahlte am Automaten. Dann gingen sie über den Platz, bis Kevin vor einem kleinen, etwas zerbeulten, aber blitzsauberen Fiat stehen blieb. Er öffnete die Tür und Hannah glitt auf dem Beifahrersitz, erleichtert, der Situation zu entkommen. Sie wusste, dass ihr Vater nie erfahren durfte, dass sie sich von Kevin Bent hatte mitnehmen lassen. Aus irgendeinem Grund hegte er die feste Überzeugung, dass sämtliche Bents gefährliche Kriminelle waren, Taugenichtse und arbeitsscheues Gesindel sowieso. Darüber hinaus aber auch Diebe und Betrüger und vielleicht Schlimmeres. Tatsächlich war Kevins Bruder acht Jahre zuvor ins Visier der Polizei geraten, als diese im Fall einer vergewaltigten 15-Jährigen ermittelten, die auf dem Schulweg von mehreren Jugendlichen zum Mitgehen überredet und dann über Stunden in einer stillgelegten Fabrikhalle misshandelt und mehrfach sexuell missbraucht worden war. Kevins damals 16-jähriger Bruder hatte seine Beteiligung an der Tat stets abgestritten und tatsächlich war ihm am Ende nichts nachzuweisen gewesen. Was Ryan natürlich nicht beeindruckt hatte. Klar war er dabei, hatte er gesagt. Grundlos hat sich die Polizei bestimmt nicht für ihn interessiert. Sie konnten ihm leider nichts nachweisen. Diese Typen gehören alle hinter Gitter. Kevin ließ den Motor an. Sie fuhren vom Parkplatz und fädelten sich in den dichten Verkehr auf den Ferentz-Way ein. Ich hätte dich fast nicht erkannt, sagte Kevin. Du bist ganz schön gewachsen. Hannah errötete vor Freude. Naja, ich... Oh Gott, wie konnte man so unbeholfen klingen wie sie? Ich werde 15 im nächsten April. Donnerwetter, sagte Kevin. Sie warf ihm einen schnellen Seitenblick zu. Er grinste. Klar, sie hörte sich an wie ein blödes kleines Schulmädchen, das die Tage bis zu seinem nächsten Geburtstag erzählt. Vergiss es, Hannah, sagte sie zu sich selbst. Vergiss es, ihn beeindrucken zu wollen. Er ist einfach freundlich und deshalb nimmt er dich mit. Aber er findet absolut nichts an dir und das wird er auch in Zukunft nicht, so wie du dich anstellst. Sie sprachen nichts, bis sie den Stadtrand erreichten und auf die A165 bogen. Die Straße, die von Hull nach Scarborough führte, nahe am Meer, stellenweise gesäumt von flachen, windzerzausten Hecken, die man aber jetzt im Dunkeln nicht sehen konnte. Es herrschte noch immer reger Verkehr. Sie fuhren in einer Kolonne von Autos und auch auf der anderen Seite reihte sich ein Fahrzeug an das andere. Sie würden fast eineinhalb Stunden unterwegs sein. Es war warm und gemütlich im Auto, aber Hannah fühlte sich so angespannt, dass sie inzwischen wünschte, sie hätte doch auf den nächsten Zug gewartet. Sie saß hier auf engstem Raum mit einem der attraktivsten jungen Männer in Scarborough zusammen und sie wusste, dass es nicht nur sie war, die ihn so gut aussehen fand. Über Kevin wurde viel geredet, in der Schule und in den sozialen Netzwerken, über die sich die Mädchen aus Hannas Umgebung austauschten. Jeder hätte alles gegeben für ein Date mit ihm. Er wechselte seine Freundinnen ziemlich schnell und häufig. Zur Zeit galt er als Single, was nicht hieß, dass er nicht irgendwelche Affären nebenherlaufen hatte. Hannah wusste, dass jede sie um diese Situation beneidet hätte. Glühend. Aber genauso wusste sie, dass sie es vermasseln würde. Sie war nicht wirklich attraktiv, fand sie, nicht so wie die anderen Mädchen. Etliche Pfunde zu viel auf den Hüften, ein Gesicht mit kindlichen Pausbacken, unmögliche Klamotten. Ihr Vater bestimmte, was. Vielen Dank.